Der junge Mann heißt Arnold Kieler, Kieler mit I-E. 22 Jahre alt, groß, schlank, naja, sieht gut aus. Der junge Mann wohnt bei Ihnen. Ja, ja, also um Ihnen das zu erklären, ich habe ein kleines Theater, das heißt, es gehört mir. Ich bin Intendant, Autor, Regisseur, Bühnebildner, Komponist, alles in allem. Ja, also wie gesagt, der junge Mann wohnt bei mir, hat noch keine Wohnung gefunden. Ein Anfänger, wissen Sie, der noch nicht so recht Fuß gefasst hat, in keiner Hinsicht, im Leben nicht und auf der Bühne nicht. Aber ganz begabt, wenn auch mit einer etwas dünnen Stimme. Ich habe ihm geraten, seine Stimme kräftiger zu machen, mehr Volumen, ja, Schreien üben, Brüllen üben, was natürlich schlecht möglich ist, in einer Stadtwohnung. Ja, bei der Gelegenheit fällt mir etwas ein. Es mag sich für Sie vielleicht etwas eigenartig anhören, aber ich gehe mit meinen jungen Schauspielern manchmal in einen Steinbruch. in einen Steinbruch, weil man dort gegen alles anbrüllen kann, ohne dass sich irgendjemand gestört fühlt. Diesen Steinbruch sucht er manchmal auf, um, wie gesagt, seine Stimme zu trainieren. Ja, ja, es könnte sein, dass er gestern Nachmittag oder gestern Abend auch dort war. Herr Kostloff. Kostloff, Ihre Sorgen in allen Ehren. Aber ein junger Mann, der nicht nach Hause gekommen ist, das ist für uns kein Anlass, eine Fahndung auszuschreiben. Ja, aber der junge Mann ist die Zuverlässigkeit in Person. Sich nicht zu melden, das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter. Ich glaube, ich werde jetzt doch wohl diesen Steinbruch aufsuchen. Das lässt mir, lässt mir keine Ruhe. Ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber könnte jemand von innen mit mir fahren. Ja, danke. Ich habe gehört, Sie haben den Toten gekannt, er hat bei Ihnen gewohnt. Und Sie haben die Polizei hierher gebracht. Ja, ja, ich wollte eine Vermisstenmeldung aufgeben. Sie haben die Polizei hierher gebracht? Woher wussten Sie das? Ich habe es den Polizeibeamten erklärt. Hat man Ihnen gesagt, dass er Schauspieler ist? Ja, ja, das haben wir gehört. Und dass ich ein kleines Theater besitze und dass ich manchmal meine Schauspieler hierher führe. Das ist ein idealer Ort, um seine Stimme zu schulen. Eine große Kulisse für große Texte. Jedenfalls ein ungewöhnlicher Ort für irgendein Stimmtraining, nicht? Finden Sie, ich sehe das anders. Sagen Sie, haben Sie jemals ein antikes Theater gesehen? Ephesus. Dieses gewaltige steinerne Rund, ein Steinträchter. Und in der Mitte, unten, der Mensch. Mensch, allein und schreit. Nur wenn hier einer schreit, hört es niemand. Der Arzt hat uns gesagt, dass der Täter wie wild auf den Mann eingestochen haben soll. Ja, das habe ich gesehen. Sagen Sie mal, der Mann, der hat doch bei Ihnen gewohnt. Wir bringen Sie jetzt nach Hause. Wollen Sie den Toten noch mal sehen? Nein, nein, nein. Ich habe ihn ja gefunden. Das war ein unheimlicher Eindruck. Wie ganz starkes, großes Theater. Nur wirklicher. Ja. Ja. Ja, ja, hier wohne ich. Kommen Sie, kommen Sie. Das ist alles etwas gründerzeitmäßig. Wenn Sie erlauben, gehe ich für einen kurzen Moment ins Bad. Ich komme mir vor, wie aus dem Wasser bezogen. Und das bei diesem Winter-Temperatur. Darf ich? Was? Ja, ich glaube, natürlich. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten. Fünf Minuten. Gehen Sie inzwischen hinein, nehmen Sie Platz. Sie finden dort eine Hausbahn. Nehmen Sie, was immer Sie möchten. Danke. Sie finden dort eine Hausbahn. Nein, nein, nein. Sag mir, was normal ist. Stefan, der führt uns, die Polizei, zu dem Toten hin. Weißt du, was ich damit sagen will? Ja, der Mörder hat die Polizei zu seinem Opfer geführt. Genau das will ich damit sagen. Dann gehen wir mal rein. So, hoffentlich habe ich Sie nicht allzu lange warten lassen. Ich habe mich sehr beeilt und bin nur wieder einigermaßen ansprechbar. Aber ich sehe, Sie haben sich ja gar nicht bedient. Nein, aber ich tue das. Ich brauche jetzt einfach einen Schluck, bevor Sie mir Ihre Fragen stellen. Denn ich nehme an, dass Sie das tun werden. Ja, die Hüge wohnt. Zeigen Sie uns mal, wo er sein Zimmer hatte. Bitte? Er wird doch wohl hier sein eigenes Zimmer gehabt haben. Ja, selbstverständlich hat er hier sein eigenes Zimmer gehabt. Ah, das tut gut. Seien Sie mal also, ich habe, bitte kommen Sie. Hier ist es. Er hat nicht viele Sachen gehabt. Kaum Besitz, sehen Sie, fast gar nichts. Er kam aus, äh, wie sagte er, Cottbus oder aus der Nähe von Cottbus. Ich habe ihn gefunden, tja, wo, in einer Kneipe. Ich kam ins Gespräch mit ihm und fand heraus, dass er überhaupt keine Vorstellungen hatte von dem, was er sollte, was er wollte. Nichts. Äh, mich hat das aufgeregt. Nicht dabei machte er einen angenehmen Eindruck. Oh, gelenkig, angenehme, geschmeidige Bewegungen. Ich sagte, hören Sie zu, ich mache einen guten Schauspieler aus Ihnen. Er hatte ja nicht mal das Geld für ein möbliertes Zimmer. Ich nahm ihn mit und sagte, okay, ich versuche es mal mit ihm. Und wie lange? Ich meine, hat er hier gewohnt? Ja, so zwei Monate. Er wird ja noch anderen Umgang gehabt haben, oder? Ja, ja, aber natürlich. Ich will Ihnen einmal sagen, wie ich das sehe. Leute, die mit sich selber nichts anzufangen wissen, suchen ganz zwanghaft Plätze auf, wo man anderen begegnet und wo man das Alleinsein nicht so spürt. Also, Kneipen, Bahnhöfe und so weiter. Also, Plätze, wo man seine Anonymität nicht los wird, wo sie aber nicht wehtut. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Also, uns kommt es darauf an, was er für Freunde und Bekannte hatte. Es hat ihn jemand umgebracht und zweifelt es ohne jemanden, der ihn gekannt hat. Ach, Sie meinen, der hat ihn gekannt? Ja, dieser Steinbruch, dieser Irrsinnige Ort spricht doch dafür. Ja, 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 das ist es. Ein irrsinniger Ort, das ist eine gute Bemerkung. Ein irrsinniger Ort. Ja, natürlich hat er Bekannte gehabt auf Bahnhöfen und den Kneipen, aber Bekannte eben nur Flüchtige. Tari, schau dich bitte mal um hier. Können wir mal miteinander reden? Ja, gerne. Natürlich, bitte, kommen Sie. Sehen Sie, ich habe ein kleines Theater und bei mir geht es immer, immer um die gleichen Dinge, um Tod und Liebe. Denn jeder tötet, was er liebt. Oskar Wald. Die Ballade vom Zuchthaus zu Rieding. Tod auf Brettern, die allerdings nicht die Welt bedeuten. Nun, ich habe einen Toten gesehen, der nicht auf einer Bühne lag und doch auf der Szene. Und ich hatte den Eindruck einer Wahrheit, einer ganz unbekannten, schrecklichen Wahrheit, sehr, sehr nahe zu sein. Möchten Sie nicht doch etwas trinken? Nein, ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie leben allein. Ich wüsste keiner, der nicht alleine lebt. Das meine ich ja gar nicht. Ich wollte Sie fragen, ob Sie verheiratet sind. Sie waren es nie, ja? Nie. Sie leben allein in diesem Haus. Nein. Meine Mutter lebt hier noch. Und ihr Butler. Ach, Ihre Mutter, ja? Wer sind Sie? Ich bin Kriminalbeamter. Ich habe gerade eins der Zimmer untersucht. Da oben wohnt ein junger Mann. Geschieht das mit seinem Einverständnis? Der junge Mann, der dort oben wohnt, ist tot. Darf ich fragen, wer Sie sind? Mir gehört dieses Haus. Der junge Mann ist tot. Wie ist er umgekommen? Er wurde ermordet. Er wurde ermordet. Wie ist er umgekommen? Komm doch herein, Mama. Du siehst, ich habe Besuch. Der Grund ist... Jetzt. Komm doch herein, Mama. Der Grund ist... sehr traurig. Arnold ist... Ich weiß. Die Herren sind von der Polizei, die das untersuchen müssen. Wo hat man den jungen Mann gefunden? Im Steinbruch, Mama. Ich habe ihn dorthin geschickt. Du weißt ja, seine schwache Stimme. Hat man den Täter? Nein, nein, Mama. Man hat ihn nicht gefunden. Hast du erwähnt, vorher der junge Mann kam? Aus sehr obskuren Verhältnissen. Mein Sohn hat versucht, ihn da herauszuholen. Ich habe immer zu meinem Sohn gesagt, vergebliche Mühe. Und wie recht ich hatte. Der junge Mann trieb sich nach wie vor auf Bahnhöfen herum. In Lokalen. Die keinen guten Ruf hatten. Und er wusste das. Wir haben es ihm oft genug gesagt. Guter Junge, habe ich zu ihm gesagt. Es wird Ihnen hier eine große Chance geboten. Von meinem Sohn. Vor allem. Ich habe nie viel von diesem jungen Mann gehalten. Und sein Ende... Dieses Ende wundert mich nicht. Ja. Hast du was gefunden? Das hier? Nicht viel, ne? Gut. Ich danke Ihnen. Wir haben keine weiteren Fragen mehr. Danke. Stefan. Du wolltest doch wissen, wer dieser Kostloff ist. Alles über ihn und sein Theater. Jetzt habe ich mit dem Krämer gesprochen, dem Kritiker. Der kennt ihn natürlich. und das Theater und so. Und, äh, ja. Der will mit dir reden über ihn. Wann immer du willst. Wann? Sofort. Also, zur Sache. Zunächst einmal ein kleines Theater. Vielleicht 80, 100 Plätze maximal. Aufgeführt werden da keine Stücke. Eher Projekte, Collagen. Oder sonst irgendwas. Aber nichts Richtiges. Kostloff hat einen großen Verbrauch an Ideen und an Schauspielern. Die meisten springen da ahnungslos hinein und hoffen, dass ihm der Sprung gelingt. Auf eine richtige Bühne. Auf eine richtige Bühne. Zu richtigen Stücken. Kann er sich das leisten, finanziell? Seine Mutter ist eine reiche Frau. Und das lässt sie sich was kosten. Weil sie liebt ihren Sohn. Kennst du ihn persönlich? Ja, ich habe oft mit ihm gesprochen. Manchmal habe ich auch notgedrungen sein Theater besucht und darüber geschrieben. Meistens nichts Gutes. Was hältst du denn von ihm? Tja, Kostloff ist zwar ein Außenseiter, ein Quereinsteiger, aber er ist ein hochintelligenter Mann. Aber er trägt sein Outfit oder das, was er dafür hält, wie aus dem Kostümverleih. Ist das Kostüm eines Mörders dabei? Meinst du den Toten im Steinbruch? Ja. Kostloff hat die Polizei selbst dorthin geführt. Ari, Derek, hey, ich bin ein Kind des Föhetans. Ich sehe mich um, ich stelle fest, ich kritisiere, ich verreise totes Theater. Aber mit wirklichen Mördern kenne ich mich nicht aus. Wie hat er ihn denn erstochen? Von hinten? Von vorn. Kann man das Theater mal sehen? Was ist? Grüß Gott, Krämer. Ah, Sie kennen mich doch. Ich schreibe manchmal die Kritiken. Ich könnte verstehen, wenn Sie mich deshalb nicht reinlassen wollen, aber da sind zwei Herren, die sich für das Theater interessieren. Sie schreiben ein Stück, das vielleicht demnächst hier aufgeführt wird. Können wir mal reinschauen? Ja, mir wäre das wurscht, aber der Herr Kostloff ist da. Der hat Probe. Wollen Sie es trotzdem versuchen? Ja. Ah, grüß Gott. Grüß Gott. Vielen Dank. Der hat mir gerade noch gefehlt. Der liebt zu kurz und der zu lang. Der kauft, der bietet an. Der tötet heulend. Jener geht mit kaltem Blut heran. Denn jeder tötet, was er liebt. Nur stimmt nicht jeder daran. Oh. Oh, Sie besuchen mich. Entschuldige mich einen Augenblick. Hallo, Henry. Ich habe die beiden Herren hierher gebracht. Ja, die beiden Herren sind mir bekannt. Sie wollten das Theater sehen? Das geht doch nicht. Das ist doch Probe. Das geht gar nicht. Es hätte eine Probe werden sollen. Aber wie Sie wissen, fehlt uns der Partner. Ja, bitte sehen Sie sich ruhig um. Ein kleines Theater, aber sehr intim. Sehr atmosphärisch. Das Wort erreicht die Zuhörende, der spürt den Atem des Schauspielers. Was probieren Sie gerade? Wir arbeiten an einer szenischen Umsetzung von Biles Ballade vom Zuchthaus zu Reading. Das ist Sally. Sally Worms. Arnold war Ihr Partner. Und nun überlegen wir, ob und wie die Sache zu retten ist. Ob wir eventuell einen neuen Partner für Sie finden oder ob ich selbst... Naja, also ich weiß es noch nicht. Sie ist übrigens eine sehr, 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 sehr gute Schauspielerin. Wobei ich mit dem Begriff Schauspieler nicht viel anfangen kann. Ich finde, das Wort allein ist ja schon eine Kapitulation vor der Wahrheit. Denn die Wahrheit spielen birgt ja schon die Unwahrheit in sich, verstehen Sie. Wobei wir wieder mitten in der Kosloffschen Sackgasse sind. Und Tatian, ich nehme an, Kriminalpolizei. Ja, kommen Sie, setzen Sie sich. Sagen Sie, Sie kannten doch Ihren Partner einigermaßen. Oder kann Sie ihn gut? Ja, ganz gut. Ich bin ziemlich durcheinander, dass er nicht mehr lebt. Mhm. Irgendwie bekommt man plötzlich Angst, weil man sich das alles nicht erklären kann. Im Steinbruch. Sie kennen den Steinbruch auch? Ja, wir waren alle mal da. Nun, irgendwie konnte man dort seine Stimme, wie sagen Sie immer? Man konnte seine Stimme loslassen. Ich würde mich gerne mit der jungen Dame ein wenig unterhalten. Kann ich Sie mitnehmen? Ja, ja. Bitte. Ich habe nichts dagegen. Wir kommen momentan sowieso nicht weiter. Nehmen Sie sie ruhig mit. Arnold war kein Schauspieler. Kosloff sagte zwar, den mache ich dazu, irgendwas bringt er mit. Er weiß es selbst noch nicht, ich weiß es noch nicht. Aber es lohnt sich. Aber wenn ich ehrlich sein darf, er war kein Schauspieler und würde nie einer sein. Jeder sagt immer nur, na ja. Was ist na ja? Was es heißt? Ja. Er hat bei Kosloff gewohnt, ohne dass er sich um die Miete hätte kümmern müssen. Ich meine, es haben immer mal Leute bei Kosloff gewohnt, die er zu Schauspielern machen wollte. Keiner ist es geworden. Irgendwie war es immer eine Privatsache. Hat dieser Arnold mit Kosloff geschlafen? Darüber wurde nicht gesprochen, weil es eben eine Privatsache war. Und ich rede auch nicht darüber. Er weiß, warum an dem lichtesten Tag so nächtlich krank sein Tun. Er hatte getötet, was er liebt. Und sterben musste er nun. Gehen Sie jetzt auch, Herr Kosloff. Ob Sie jetzt gehen? Nein, nein. Ich bleibe noch hier. Sie können gehen. Ich schließe ab. Vielen Dank. Ja, ich habe verstanden. Also, du möchtest alle Programme des Theaters haben. Natürlich gibt es die irgendwo, aber es wird etwas Mühe machen, die zu finden. Es kommt mir auf die Darstellerliste an. Soweit es junge Männer betrifft. Ja, richtig. Soweit es junge Männer betrifft. Was für Namen suchst du? Ja, Namen dabei sind, die auf einer vermissten Liste zu finden sind. Hoppla, Derrick. Suchst du einen Massenmörder? Okay, ich faxe dir die Namen durch. Großstück. Mückenwald ist auch ein neuer Bundesland. Allerseits, Herr. Du willst gerade deine Liste hier studieren? Deswegen komme ich her, weil euch die Namen nicht sagen können. Kostloff hat nämlich all seinen Darstellern Künstlernamen gegeben. Fantasienamen. Der Einfachheit halber, was? Wie meinst du das? Ich habe mir Fotos besorgt, Pressefotos. Szenenfotos und Einzelaufnahmen. Vorwiegend von jungen Männern. Ihr habt mich ganz heiß gemacht mit eurem Verdacht. Mehr ist es doch noch nicht. Nein, mehr ist es noch nicht. Also, du meinst, dass... Du wirst doch wohl wissen, warum ich dir die Fotos mitgebracht habe. Ja, wir sollen die Vermisstenanzeigen durchsehen, ob Beschreibungen dabei sind, die möglicherweise zu einem dieser Fotos passen. Also, weißt du, du hast mir ganz schön Schrecken angejagt. Irgendwie hätte ich verdammt gerne, wenn wir uns alle irren würden. Zwei Fotos, die auf die Vermisstenbeschreibung passen. Bitte. Eindeutig, wie die Fotos zu den Beschreibungen passen. In einem Fall ist sogar eine Narbe beschrieben. Genau diese. Wie heißen die denn? Moment mal. Albert Knechter und Julius Noske. Das sind die richtigen Namen. Beide kommen aus dem Osten. Der eine aus Jena, der andere aus dem Erzgebirge. Und beide sind am Theater von Kostloff aufgetreten. Der eine war zwei Monate bei ihm, der andere ein halbes Jahr. Und beide haben bei Kostloff gewohnt. Das kann man ja wohl feststellen, oder? Was machst du denn jetzt? Was würdest du denn machen? Ja, ich würde... Siehste, mache ich auch. Mama, die Herren von der Polizei sind da. Ich habe gesagt, gut, dass sie kommen, weil ich da eine Frage habe. Guten Abend, gnädige Frau. Wir haben uns nun entschuldigt für unser spätes Kommen. Sie werden Ihre Gründe haben. Da ist der Herr. Das ist der Butler meiner Mutter. Kümmern Sie sich nicht um ihn. Er ist zwar anwesend, aber nicht vorhanden. Bitte setzen Sie sich doch. Sie hatten eine Frage. Ja, ich sprach gerade mit meiner Mutter darüber. Es geht um den toten Arnold. Arnold, wir wissen ja nichts über ihn. Er hat keine Angehörigen, beziehungsweise wenn er welche hat, wir kennen sie nicht. Es geht um die Beerdigung. Ich möchte sie gerne übernehmen. Alles. Ich meine die Kosten und alles, was dazu gehört. Frage. Es wird da doch keine Schwierigkeiten geben. Ich glaube nicht, dass es Schwierigkeiten macht. Siehst du, Mama, du hörst es. Warum sind Sie gekommen? Wir haben hier Fotos von zwei jungen Männern, die bei Ihnen aufgetreten sind. Wenn Sie sich die mal ansehen wollen. Wo haben Sie denn die Fotos her? Ja, 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 ja. Die haben bei mir gespielt. Mama, schau mal. Andi und Jürgen. Pressefotos. Dafür erstaunlich gut findest du mich. Schöne Fotos, die kenne ich gar nicht. Ja, ja, die haben bei mir in einem Projekt mitgewirkt. Leider nicht sehr gut. Sie hatten überhaupt keine innere Beziehung zu meinen Intentionen. Kaum betraten Sie die Bühne, verloren Sie auch schon Ihre persönliche Glaubwürdigkeit. Und wer seine persönliche Glaubwürdigkeit auf der Bühne verliert, muss weg. Ich musste Sie dann entlassen. Wissen Sie, was dann aus Ihnen geworden ist? Ich habe keine Ahnung. Aber die beiden haben doch bei Ihnen gewohnt, nicht? Die haben hier in diesem Hause gewohnt. Ja, Sie haben hier gewohnt. Und das Haus dann verlassen. Wir haben nie wieder etwas von Ihnen gehört, was wir persönlich als sehr undankbar empfangen. Warum zeigen Sie uns diese Bilder? Weil die beiden vermisst werden. Die Angehörigen haben vermissten Anzeigen aufgegeben. Angehörige? Die beiden haben nie darüber gesprochen. Oder wir haben nicht zugehört. Sie haben das Haus verlassen und sich nie wieder gemeldet. So gut sie auch aussahen, letztendlich konnte man mit Ihnen nichts anfangen. Man sieht die Fotos und man bedauert es ein wenig. Aber die beiden werden vermisst, seitdem sie in ihrem Theater nicht mehr auftreten. Sie haben gehört, was mein Sohn sagt. Er neigt dazu, jungen Männern eine Chance zu geben, in seinem Theater Texte zu verarbeiten, mit denen sie letzten Endes nichts anfangen können. Sodass sich das Interesse an Ihnen verliert. Sie gehen aus dem Haus und merken selbst, dass es sinnlos ist. Es war Ihnen unmöglich, sich noch mal zu melden. Es war Ihnen unmöglich, sich noch mal zu melden. Weil Sie nicht mehr leben, weil Sie tot sind. Das sind Sie auf Ihre Weise ausgedrückt. Sehr zynisch. Was meinst du? Frag den Butler. Herr Butler. Der hört nichts, sieht nichts, spricht nichts. Stefan, er war's. Ihr hebt sich nur die Frage, wo hat er Sie umgebracht? Der eine mordet, wenn er jung, der andere als kreis. Der eine wirkt voll Todeslust und der um goldenen Preis. Der beste aber greift zum Dolch und tötet schnell und leis. Guten Tag, Herr Kostloff. Ich habe mit Ihrer Mutter gesprochen. Sie sagte mir, dass Sie hier in diesem Theater sind. Wie Sie sehen, ich bin in meinem Theater. Allein. Allein. Setzen Sie sich neben mich. Ich versuche, den leeren Raum zu füllen. Mit Ideen, Worten, Personen. Ich versuche zu begreifen, was die Bühne sein soll. Eine Lebensbühne. Hinter all dem, was hier gesprochen wird, hinter jedem Wort, steht die Frage, wer sind wir eigentlich? Und was herauskommt, ist Lüge. Sie wollten mich etwas fragen. Sie stehen jetzt da oben und fragen sich auch, wer Sie sind. Und wenn Sie die Antwort gefunden haben, lügen Sie dann auch? Warum reden Sie so einen Unsinn? Sie wollten mich etwas ganz anderes fragen. Also, tun Sie es. Haben Sie Arnold Kieler umgebracht? Haben Sie zwei weitere junge Männer umgebracht? Sie haben meine Mutter angerufen und sie sagte mir, Sie werden mir eine Frage stellen. Genau die, die Sie mir jetzt gestellt haben. Sie sagte, mein Junge, man hält dich für einen Mörder. Sie irren sich. Ich habe niemanden umgebracht. Wissen Sie, zu Ihren beruflichen Denkweisen habe ich keinen Zugang und Sie nicht zu meinen. Stellen Sie mir also ohne Bedenken alle Fragen, die Sie in diesem Zusammenhang haben. Oder bringen Sie sie in eine Schriftform. Und wenn Sie meine Unterschrift brauchen, Sie bekommen sie ohne zu zögern. Einverstanden? Und vergessen Sie die hübsche Szene hier, mit der Sie ohnehin nichts anfangen können. Frühling kommt, der Schwerling klickt, duftst auf Hütenkänze, mit der duftalen Treffung auch eines nachigen Siedeln. Ich bin in einen Mann verliebt und weiß nicht mehr. Oh, Herr Derwig. Ja, Herr Kostow. Ich nehme an, es ist da reine Zufall, dass wir uns hier sehen. Wenn ich Ja sage, glauben Sie doch nicht. Sie sind mit Ihren Freunden hier? Ja, bitte kommen Sie. Alles Bekannte von mir, beruflicher und privater Art. Guten Abend. Setzen Sie sich. Bin ich immer noch ein Badefüßig? Sagen Sie ruhig Ja. Sie haben ja Recht. Ich bin es. In dem Sinn, dass wir es alle sind. Der eine mehr, der andere weniger. Aber soll ich Ihnen was verraten? Die, die es mehr sind, sind in der Überzahl. Der Mensch in seiner Grundausstattung ist ein Mörder. Hahaha. Ja, wissen Sie am allerbesten, ne? Groß und klein und kräftig. Andere wieder schön und dick. Jetzt vermisse ich aber schon eine moralische Reaktion bei Ihnen. Zuhören ist doch eine Reaktion. Ist Ihnen sehr zu empfehlen. Wie geht's Ihnen denn? Eine essentielle Frage und dafür schlagen Sie sich die Nacht um die Ohren. Ein Klavier! Musik Musik Hallo, darf ich reinkommen? Nur eine Frage. Interessiert euch Kostloff noch? Oder habt ihr euch von dem Gedanken verabschiedet, dass es sich bei ihm um einen Serienmörder handelt? Wir laufen ins Leere. Warum fragst du? Ich habe eine Fassette ausfindig gemacht. Ein Interview mit Kostloff aus der Reihe Unsere kleinen Theater. Der Witz ist, das Interview ist nie ausgestrahlt worden. Kostloff hat es abgebrochen, hat den Interviewer nach Hause geschickt. Interessant für euch? Wer fragst du noch? Das ist in seinem Theater aufgenommen worden. Die Schauspielerin kennt ihr ja schon. Und der Schauspieler darin, das ist der Tote aus dem Steinbruch. Was? Jetzt habe ich euch neugierig gemacht, oder? Musik Herr Kostloff, es geht um Ihr Programm. Es ist ein besonderes Programm. Das wäre nichts Besonderes, denn Ihr Programm ist immer ein besonderes Programm. Machen Sie sich lustig? Wie kenne ich dazu? Was verstehen Sie denn unter besonders? Wissen Sie nicht, wie Ihre Kollegen Ihr Theater nennen? Ich nehme an, Sie werden es mir jetzt verraten. Kostloffs kleine Todesbühne. Wobei sich das Klein hoffentlich auf die Bühne und nicht auf den Tod bezieht. Sie meinen großer Tod auf kleiner Bühne? Wäre ein Anspruch, für den ich eintreten könnte. Sie sprechen von einem Anspruch. Ja, der darin besteht, diesen ganzen irrsinnigen Aufwand an Thematik zurückzuführen auf das einzig Wesentliche, auf die Realität des Todes. Sagen Sie, sind Sie Kameramann oder Zahnarzt? Sie sprechen von der Realität des Todes. Ist Ihnen Tod das Wichtigste? Dass das Reden sich vom Tod her bestimmt, ist ja nicht meine Erfindung. Können Sie das näher erklären? Oder, äh, wollen Sie es erklären? Wir haben nur mit tödlichen Texten zu tun, denen wir uns ausliefern müssen. Nein, 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 nein. Du gebrauchst einen falschen Begriff. Tödlicher Text, das ist doch Unsinn! Ich muss mich korrigieren. Tödlicher Text ist ein falscher Begriff. Es geht ihm... Darf ich es mit deinen Worten sagen? Ja, dann komm, sag's. Seine Meinung ist, dass der Mensch nur ein einziges, großes, wichtiges Erlebnis kennt. Das ist Mord. Der Mord, den er wirklich vollzieht. Er meint, der Mensch sei von Haus aus ein Mörder. Ist das wirklich Ihre Meinung? In welcher Welt leben Sie eigentlich? In der Welchen Welt? Oder in der Lügenwelt? Die Weltgeschichte ist eine Mordgeschichte. Womit unterleidet ihr euch denn? Ha? Mit Mordgeschichten. Aber das hat ja mit unserem Interview jetzt überhaupt nichts mehr zu tun, wie ich das gesendet werde. Aber warum denn nicht? Weil ich es nicht will! Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Schluss jetzt! Schluss! 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 Musik Entschuldigung, kann ich Sie noch was fragen? Ja, bitte Ich bin gerade angekommen und ähm, kennen Sie sich aus hier ein bisschen? Kann ich Ihnen helfen? Kann ich nicht so ein Hotel oder eine Pension, also was ganz Einfaches, nichts Teures Ich muss erstmal einen Job finden, wissen Sie, ich bin Kellner Ah ja, dann trinken Sie doch erstmal was Brüder und Bier auch Mama Ich habe ja einen Gast mitgebracht Jemand, der in München eine Stellung sucht Er suchte eine Pension und ich sagte, dass ich ihm helfen könnte Wie heißen Sie? Joachim Wessling Wenn ich ungelegen bin... Nein, 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 das sind Sie nicht Meine Mutter weiß, dass ich ab und zu Gäste mitbringe Wir haben genügend Platz hier, wie Sie sehen Mama Du solltest ihm sagen, dass sie ja willkommen ist Er bleibt ein paar Tage hier, bis er das gefunden hat, was er sucht Eine Stellung Mama Das Zimmer ist noch nicht gemacht Aber das ist doch nur eine Kleinigkeit Da muss doch nur die Bettwäsche gewechselt werden Da hat mal jemand drin gewohnt und es ist noch nicht ganz aufgewohnt Aber ich will Ihnen wirklich keine Umstände machen Nein, nein, das machen Sie nicht Mama Wie lange will er denn bleiben? Ja, du hast doch gehört, ein paar Tage, bis er eine Stellung gefunden hat So, jetzt kommen Sie, ich zeige Ihnen das Zimmer Kommen Sie, kommen Sie Hier ist es Hier ist das Bad Der Schrank Ist noch nicht ganz leer Aber es ist genügend Platz Sie haben ja nur einen sehr kleinen Koffer Also ich sage es nochmal, Herr Kostloff Jetzt setzen Sie den Koffer doch mal ab Ich will Ihnen wirklich keine Mühe machen Nein, das tun Sie doch nicht Jetzt packen Sie Ihren Koffer aus und fühlen Sie sich wohl Danke Mama 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 Mama. Schick ihn weg. Sag ihm, er soll gehen. Henry, er soll weggehen. Wenn er kein Geld hat, dann gib es ihm. Er soll sich ein Hotel nehmen. Warte, ich gebe dir Geld. Du weißt doch. Er soll es nehmen. Dass ich ihn nicht gehen lassen kann. Das weißt du doch. Derrick, ich bin es. Kannst du sprechen? Nur ganz kurz. Ich bin jetzt in seinem Haus, und zwar in dem Zimmer von dem Toten. Seine ganzen Sachen hängen ja noch im Schrank. Trotzdem, geh auf ihn ein. Wenn er von seinem Theater spricht, interessier dich dafür. Hast du seine Mutter gesehen? Ja, das ist vielleicht ganz interessant für euch. Sie ist absolut dagegen, dass ich hier bin. Schluss jetzt. Ich hätte nicht geglaubt, dass es funktioniert. Und jetzt wohnt er da. Aber das ist doch ein Risiko. Ich weiß. Ich weiß. Darf ich hereinkommen? Ich habe meine Sachen schon ausgepackt. Ich hoffe, das war okay, oder? Ja, ja, natürlich. Gut so. Ich möchte doch, dass Sie sich wohlfühlen. Ja. Ähm, haben Sie die kleine Bar schon entdeckt? Wenn Sie möchten, dann trinken wir jetzt ein Glas zusammen auf Ihren Einzug. Einverstanden? Ja, nichts dagegen. Sagten Sie nicht, dass Sie Kellner sind? So, jetzt bin ich es mal, der Sie bedient. Setzen Sie sich hin. Ein Theater haben Sie? Ja, ja, ein kleines, ein Privattheater. Was aber einen großen Vorteil hat, ich kann nämlich das spielen, was ich für richtig halte. In der subventionierten Theaterwelt werden heutzutage, ja, kulturelle Ringkämpfe veranstaltet. Alle sind Sie auf der Suche nach dem absolut Neuen, ja, der neue Ton, das neue Wort, der neue Stil, der neue Tod. Gut, für was interessieren Sie sich? Zu Theater haben Sie keine Beziehung? Nein, ich habe als, als Kind habe ich mal im Schultheater mitgespielt, aber das war nur eine Schüleraufführung. Wissen Sie, wirklich nichts Großes. Aber das interessiert mich. Was haben Sie denn gespielt? Da kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern. Nein, oh, das ist aber schade. Man hat Ihnen sicher die falsche Rolle gegeben. Übrigens, auch eines meiner Lieblingsthemen, dass wir alle in diesem Leben herumlaufen und nach unserer Rolle suchen. Dabei hat jeder seine Rolle schon. Welche meinen Sie? Die des Opfers. Darf ich rauchen? Ja, natürlich. Der Mensch wird geboren und ist ein Opfer. Er wird als Opfer geboren. Und keine Liebe, die ihn retten kann. Nicht so, dass die wichtigen Dinge des Lebens am Ende zusammenfangen. Tod und Liebe. Man könnte es nennen, Wiederherstellung natürlicher Verhältnisse. Haben Sie wenigstens ein bisschen was von dem, was ich sagte, verstanden? Nicht alles, aber was Sie sagen, das klingt gut überlegt. Das ist es. Das ist es allerdings. Ich glaube, dass wir uns sehr gut unterhalten könnten. Joachim. Was mir viele bedeuten würde. Mama. Ich habe einen sehr guten Eindruck von diesem Jungen Mann. Schon gut, mein Junge. Schlafen Sie schon? Warten Sie. Mach auf. Moment noch. Ich wollte nur wissen, ob Sie sich wohlfühlen. Ja. Es muss aber nicht brauchen, in diesem Haus die Türen abzuschließen. Es geht Ihnen gut? Ja, danke. Sehr gut. Es freut mich. Mich auch. Also dann, gute Nacht. Ach, du hast noch nicht gefrühstückt, Mama. Nein. Hast du auf mich gewartet? Unser Gast ist noch nicht da? Nein. Vielleicht sollte ich ihn wecken? Ich gehe mal drauf. Ich gehe mal drauf. Sie sind im Bad? Ja. Hab ich zu nahm geschlafen? Nein. Nein, 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 nein. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Frühstück ist fertig. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Er kommt gerade. Moment mal bitte. Westling. Na endlich. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich bin doch unbeschädigt. Er wollte mich heute Nacht besuchen, aber ich hatte die Tür abgeschlossen. Es hat ihm natürlich nicht so gut gefallen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Geh auf ihn ein, soweit es möglich ist. Du bist doch ein geschickter Junge. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Danke. Meine Mutter fühlt sich heute Morgen nicht besonders wohl. Nicht besser geworden, Mama? Nein. Mama, jeder Schmerz endet irgendwann. Deiner, meiner. Ihrer auch. Epikur sagt, das einzige wirkliche Glück sei, ohne Schmerzen zu leben. So, was machen wir mit diesem Tag? Haben Sie Lust, sich mein Theater anzusehen? Aber wirklich nur, wenn es Sie interessiert. Ihr Theater, ja. Das interessiert mich natürlich. Sie haben mich ja gestern schon ganz neugierig gemacht. Fein. Fein. Und du, Mama, was machst du? Ich glaube, ich werde in die Stadt gehen. Das ist in Ordnung, Mama. Ich liebe dich, Mama. Stefan. Frau Kostloff. Sie wollen mir etwas sagen, es fällt Ihnen schwer, nicht? Ja. Sie wollen über Ihren Sohn mit mir reden? Ja. Über einen Kranken. Der ein Mörder ist? Ja. Kommen Sie, setzen Sie sich. Mein Sohn war immer hochbegabt. Was ist das, Hochbegabung? Übersteigerte Sensibilität, die das Gewöhnliche nicht akzeptiert, sondern nur das Außergewöhnliche. Das Andere. Das ganz Andere. Das Besondere. Er sagte mal, Mama, man denkt, man denkt bis an das Ende der Welt. Und man weiß plötzlich, dass man dazugehört. Zum Ende der Welt. Wegen solcher Sätze, wegen solcher Sätze, die ich selbst nicht immer verstanden habe, habe ich ihn geliebt. Ihn angebetet. Angebetet. Ich muss das so nennen. Mein Fehler. Es kann mich nicht trösten, dass vielleicht jeder mal einen Fehler macht, der nicht wieder gut zu machen ist. Mein Sohn hat in seinem Wahn zwei Menschen ermordet. Und wohl auch einen Dritten. Dem Dritten habe ich das alles gesagt. Ich habe ihm gesagt, mein Sohn hat zwei Menschen umgebracht. Sagen Sie ihm, beschwören Sie ihn, dass er sich der Polizei stellt. Der Dritte, Arnold Kieler, hat mit ihm gesprochen, so wie ich es gewollt hatte. Aber Arnold Kieler wollte es genauer wissen. Was hast du getan? Warum hast du es getan? Wo hast du sie begraben? Mein Sohn hat Arnold Kieler dorthin geführt, wo er die Toten begraben hat. In den Steinbruch. Wo er dann auch den Dritten ermordet hat. Wo ist der Sohn jetzt? Er hat gestern Nacht wieder einen jungen Mann mit ins Haus gebracht. Er zeigt ihm gerade sein Theater. Oder den Steinbruch. in den Steinbruch. Schönes Theater. Wie viele Plätze haben Sie? Haben Sie mich gehört? Ich kann mit der Frage nichts anfangen. Und mit Ihnen auch nicht. Mein junger Freund, wissen Sie, wann eine Bühne am lautesten redet? Wenn sie leer ist. Was glauben Sie, wie die Welt erst reden wird, wenn sie leer ist? Also verschwinden Sie. Ich verstehe. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wollen wir einen kleinen Ausflug machen? Er fühlt, dass ihn seiner Gedankenhast nicht rasten ließ, noch ruhen. Er weiß, warum an dem lichtesten Tag so nächtlich krank sein Tun. Er ist denn sie sehen Sie, wenn Sie wollen, sie SGBH ist nicht warum sind wir hier ich möchte ihnen gerne etwas zeigen was denn etwas was ihre dienststelle sicher brennend interessieren würde ich habe zwei menschen umgebracht und hier sind ihre gräber ich weiß dass sie ein polizist sind was sie jetzt tun ist vollkommen sinnlos ich habe die kugeln aus ihrem magazin entfernt meine waffe ist geladen los los auf die bühne wessling kommen sie da runter tun sie was ich sage wessling kommen sie da runter das sind doch nicht alle das soll die waffe niederlegen warum tut das nicht sagen sie es ihnen so tötet jeder was er liebt die wie zu Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018